Hi, ich bin Stefan Schulte und heute möchte ich mit euch über den Healy sprechen. Wie ihr wisst, findet man im Internet alles, aber eben auch so manches, was nicht so ganz stimmt. Klar, was man nicht richtig kennt, kann man auch nicht vollkommen verstehen. Deshalb möchten wir uns zu den aktuellen Beiträgen mal kurz äußern. Wir bei Healy World handeln stets mit höchster Integrität und halten uns an alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Unser vorrangiges Ziel ist es, unseren Kunden sichere, wirkungsvolle und wissenschaftlich fundierte Gesundheits- und Wellnessprodukte anzubieten. Wir investieren erhebliche Ressourcen in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass unsere Produkte immer auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Dies ermöglicht uns, neben Wellnessprodukten auch eine medizinische, EU- sowie in weiteren Ländern zertifizierte Version eines Healy für bestimmte Anwendungen anzubieten. Vertrieben wird der Healy übrigens über ein gängiges Social-Selling-Geschäftsmodell, das auch Multi-Level-Marketing-System genannt wird. Ein ganz gebräuchlicher, legaler Vertriebsweg, der in Europa seit über 50 Jahren existiert. Darüber hinaus stellen die nationalen Direktvertriebsverbände sicher, dass die Kunden durch entsprechende Verbraucherschutzbestimmungen geschützt werden. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wie funktioniert der Healy eigentlich? Der Healy nutzt die fortschrittliche Mikrostrom-Stimulationstechnologie zur Schmerzbehandlung und weitere Anwendungsbereiche. Entgegen mancher Behauptung handelt es sich beim Healy eben nicht um ein sogenanntes Bioresonanzgerät. Es liest oder analysiert keine Körperzellen aus. Und diese Behauptung wird auch von Healy World selbst nicht aufgestellt. Auch der sogenannte Quantensensor wird gerne thematisiert. Bei Healy reden wir nicht von einem Quantensensor im physikalischen Sinne, sondern von einem Sensor basierend auf Software- und Hardwarekomponenten. Wie funktioniert das jetzt genau? Der Quantensensor im Healy ist, wie auch in unserer offiziellen Produktpräsentation vermerkt, ein physikalischer Rauschgenerator, dessen Hauptbestandteil ein als Diode geschalteter Transistor ist, der sich in der Mitte der Rückseite der Healy-Platine befindet. Im Healy werden die Resonanzfrequenzen durch die Analyse dieser Rauschverteilungen bestimmt, um das Informationsfeld oder das bioenergetische Feld zu harmonisieren. Das Rauschen eines solchen PN-Übergangs im Transistor wird in der Forschung als Quantenrauschen bezeichnet. Der Annahme nach liefert diese Technologie ähnliche Ergebnisse wie ein Quantensensor, ist aber deutlich kostengünstiger, was ein großer Vorteil für unsere Kunden ist. Übrigens, diese Technologie wird seit Jahren angewendet und von unseren Usern in seiner Wirkung tagtäglich bestätigt. Welche Auswirkungen der Healy bei jedem Einzelnen hat, liegt in der individuellen Wahrnehmung jeder einzelnen Person. Wie überall kann man auch hier nicht pauschal urteilen. Empfindungen sind eben unterschiedlich. Was wir zu 100 Prozent sagen können, wir haben eine Community von über 360.000 Mitgliedern, die nach einem ganzheitlichen Ansatz streben und zwar dem holistischen, bedeutet nichts anderes als Körper, Geist und Seele im Balance zu bringen. Zudem arbeiten wir mit vielen Experten, unter anderem aus dem Gesundheitssektor, die die Healy-Technologie direkt in der Praxis einsetzen. Und wir sprechen hier nicht nur von Deutschland. Wir sind international in über 50 Ländern tätig und wachsen von Tag zu Tag. Nur mal so am Rande, pro Minute versenden wir eine Bestellung, bedeutet mehrere hundert Heelys am Tag, spricht für sich. Übrigens, vor einigen Monaten haben wir eine Marktrecherche zum Healy durchgeführt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. 5100 Teilnehmer. 80 Prozent waren mehr als zufrieden. Sogar ganze 92 Prozent würden unser Produkt weiterempfehlen. Unsere Zielgruppe? Bunt gemischt. Sportler, die ihre Leistung steigern wollen. Berufliche Überflieger, die einen Boost im Alltag suchen. Spirituelle Menschen, die sich nach innerer Balance sehnen. Therapeuten sowie jede Menge Familienmenschen, deren Fokus auf dem Wohlbefinden der Familie liegt. Und so vielfältig die Zielgruppe ist, so unterschiedlich sind auch die Healy-Anwendungsgebiete. Wir reden von Sport, Entspannung, Schlaf, Meditation, Mentalbalance, Beauty und so weiter und so fort. Was unsere Kunden betrifft, haben wir bei Healy World auch eine kostenfreie Online-Academy eingerichtet, die über 40 Schulungsvideos zu unseren Produkten anbietet. Darüber hinaus betreiben wir einen umfangreichen YouTube-Kanal und stellen eine Vielzahl von Marketing-Materialien zur Verfügung. Das heißt, dass wir alles daran setzen, ausreichende Informationen bereitzustellen, um unsere Community zu unterstützen. Aber klar, manchmal kann die persönliche Begeisterung bei einem oder anderen Kunden mitunter zu übertriebenen Behauptungen führen. Aber selbst dafür haben wir klare Regeln und Richtlinien, für deren Einhaltung unser robustes Compliance-Team zuständig ist, das alle Aktivitäten unserer Mitglieder und Fans auf Social-Media-Plattformen begleitet und checkt. Dies dient dem Schutz unserer Kunden und gewährleistet die strikte Einhaltung aller unserer Richtlinien. Und das ist uns besonders wichtig. Also, bei allem, was ihr lest oder hört, habt bitte eines im Hinterkopf. Der Healy kann nur auf Empfehlung eines bestehenden Kunden erworben werden. Unsere Kunden handeln aber dabei unabhängig und weisungsfrei. Für Äußerungen von bestehenden Kunden oder Influencern auf Plattformen wie TikTok oder Instagram sind wir von Healy World nicht verantwortlich. Dies wird jedoch fälschlicherweise im Internet suggeriert. Ja, meine Lieben, und zu Schlussendlich möchten wir betonen, wir schätzen das Vertrauen und die Unterstützung unserer Kunden, Mitglieder und Stakeholder. Wir versichern allen diesen Menschen, dass wir auch weiterhin ihr Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellen und die besten Gesundheits- und Wellnesslösungen anbieten werden.